Okay, dann gucken wir uns doch mal den Bosskampf an. Kann ich? Ja. Haha, ich hab gedrückt. Abilities Minions hat er, okay. Also Einheiten kann er beschwören. Wir sollten zusammenbleiben. Hier ist ne Tür. Oh, hier ist ein Brunnen. Mit Wasser drinne. Da ist ne Werkbank. Ich wüsste nicht, was wir aus Werkbanken machen sollen. Oh, jetzt hab ich's weggeworfen. Da ist ein Bogenschütze mit nem goldenen Hut. Minions, help me! Oh, Alter, der hat mich voll weggekickt. Und ich hänge hier gerade irgendwie an der Wand fest. Ah, jetzt geht's wieder. Minions ist eine Fähigkeit, die dauert das gerade so lange. Geht das bei dir auch so ruckeln? Ja. Wer da verstorbt nicht. Ah, jetzt. Ich glaub, das ist der Boss. Hat doch ne Krono, kann gut sein, ne? Oh, der Arsch hat mich schon wieder getroffen. Immer schön in der Ecke, Hund. Dann trefft man nämlich vor. Scheiße, meine Waffe ist kaputt. Ich muss kurz verstecken. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich dachte, die war unsterblich. Ich bin wieder vor. Ich verrecke gleich. Oh, der hat mir was zum Fein lassen. Alter, ich bin weggeflogen. Ich muss auch mal kurz zum Lecker gehen. Ah, noch Warnung. Ich komme. Hält aber auch aus. Bam. Hält er aus. Yeah. Ich geh einfach mal überall drüber und gucke, was er drin hat. So, das ist ein Helm. Ein Goldhelm mit zwei Arme, aber der nützt uns nicht viel. Und ein besserer Bogen. Mit 4 bis 18. So, die Schallplatte hab ich in der Hand. Hier hinten liegt noch. Erfahrung. So, wir müssen erstmal zu der Dings finden, wo ich die Schallplatte reinpacke. Dings? Ja, ich wollte nur gucken, ob da noch was liegt. Ach, eine Werkbank. Goldnugget. Hier fliegt was runter. Nimm mal ruhig beides. Oh, ich hab eins bekommen. Ah, da fehlt noch mehr. Das ist schön. Bleib stehen, da liegt noch was. Also ein Nugget und ein Trank. Achso, du hast den Trank bekommen. Ein Trank und einnagelst musst du auch gekriegt haben. So, raus teleportieren. Das ist ein Neterportal. Ich komm nicht durch. Ortsheitsgrypt. Ah, jetzt. Du auch? Ah, ja. Das ist aber immer noch so komisch mit den Kills. Ich geh jetzt erstmal zu Victor zurück. Okay, als nächstes müssen wir in das Anwesen rein. Ich geh jetzt aber erstmal zu Victor und benutze die Tasche. So. Die Schuhe brauchen wir nicht mehr. Ah, da steht doch, wir sollen den Shop besuchen. Also, Schuhe habe ich noch reichlich da. Da war ja noch ein paar. Und Helm habe ich auch noch reichlich. Wobei, den einen tausche ich mal aus. Obwohl, meine hat noch Fähigkeiten. Aber ich nehme mal lieber einen mit. Brauchst du noch einen Bogen? Ne, ich habe einen. 4 bis 18. Oh, auch einen starken, okay. Ich hab kaum zu essen noch. Genau, genau, esse ich jetzt mein letztes Essen. Das ist alles so teuer. Auch 4 Nuggets. Ah, jetzt hab ich auch aufgegeben. Was? Was? Wer ist der Mann? Willkommen. Können wir hier schlafen? Ja, er läuft. Klappt bestimmt nicht, weil hier das Bett nicht da ist. Kann ich nicht. Wiesen. Ich hab zwei Regenerationstränge, möchtest du einen haben? Ich hab auch zwei. Also eine Regeneration und einmal Heilung. 14 Steaks und eine Möhre. Ich muss mir auch unbedingt essen kaufen, ich hab gar keins mehr. Ah, für Knochen kriegt man auch. Ja, Knochen und für die Augen auch. Ich hatte mal ein Auge, aber irgendwie ist das weg. So, nehm ich einen Trank oder nehm ich Fleisch? Unsichtbarkeitstrank, aber als starfe Blindheit. Im Goldnugget kriegt man einen Berserker-Potion. Da ist ein richestes Knochen. 260 Prozent Angriffsschaden, 40 Prozent Geschwindigkeit. Bei 25 Sekunden. Ja, ich hab's schon mal durchgelesen, aber ich glaub nicht ich's brauche. So, wie mache ich das jetzt? Einfach rausziehen. Die Sachen reinziehen und dann einfach rausziehen. Ah, okay. Gut, ich habe jetzt mal so einen Weckwerftrank noch geholt und habe jetzt acht Fleisch. So, Tür wieder zu. Na dann, ab zum Anwesen. Ich hoffe, es ist nicht so groß, wie es aussieht. Vermutlich größer. Scheiße. Hier noch was ist? Nein. Ich hoffe, der Bug mit den Monstern ist jetzt weg. Oh, da ist er, der Enderman. Tatsache. Er hat das schöne Schwer, ich will es haben. Er hat nichts weinen lassen. Scheiße. Oh, hier unten ist noch eine Kiste versteckt. Da sind neun Gehirne drin und ein Trank der Heilung und ein Trank der Regeneration. Ich nehme mal die Gehirne und nimm dir die ruhig. Du bist nur. Direkt unter der Treppe. Achso. Ich habe dir die Tränke drin gelassen. Hol sie dir ruhig. Oder ich bringe sie dir mit. Ach, du bist ja schon auf dem Weg. Ne, ne, andere Seite in der Mitte. Na, hängst du fest. Hat gar nichts hinterlassen. Und das vom Geräusch? Welches Level bist du? Ich bin 20. Alter, guck mal da rein. Jep. Ich hätte gerne eine Granate. Ah, der Bogen ist eine gute Idee. Warum sind die auch ganz schön stark eigentlich? Warum gehen die auch so komisch? Wow, links. Force Resilience. Doch, der hat das Schwert. Oh ja, ich habe... Kann ich eins haben? Du hast zwei, oder? Ja, oder? Warte mal, unter uns. Nein, drei. Bier unter uns. Ach so. Ich habe die ganze Zeit angelt und habe mich gewundert, woher. Warte, ich passe dich raus hier oben. Okay. Neun bis dreizehn wieder, plus sieben. Ich habe es gerade an der Stelle hingepackt, wo mein Bogen vorher lag. Und dadurch hatte ich dann die Waffe zweimal. Wenigstens geht es mit dem Kämpfen jetzt wieder und nicht dieser komische Bug über den Boss. Was macht ihr da in der Ecke? Könnte mal ein Verzauberungstisch gebrochen, so viel Level wie wir haben. Ich habe eine Rüstung gefunden. Hast du eine? Ich habe eine. Okay. Ich habe ziemlich angeschlagen, aber ich muss mal gucken, was ich kann. Was ist denn das hier für ein Kack mit diesen Items immer? Wir haben jetzt aber auch noch nicht einmal geschafft, ein Set vollständig zu machen, ja? Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Vielleicht muss man es nur im Inventar haben. Also ausgerüstet haben. Ich weiß nicht, wie wir sind das. Ich gehe mal zurück und esse erst mal was. Kommt bald. Ich dachte, für einen Moment du bist es. Ich will nicht einen Trank verschwenden. Ich will nicht einen Trank verschwenden. Ich will nicht einen Trank verschwenden. Oh, bist du? Scheiße. Ich habe gerade den Wegwerftrank benutzt. Er hat ihn wirklich weggeworfen. Hättest du da an der Stelle gestanden, hättest du bestimmt was bekommen. Ich höre Zombies, aber ich sehe keinen. Ist das wieder eine Lampe? Hier rechts lang. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, unten scheint schon wieder was zu sein. So ein Bosskampf. Ja, mit drei Boys oder so töten. Benetia the Witch. Warte mal, was sagt das Questbuch? Victor haben wir gerettet. Quest 2 haben wir fertig. Geld seine Menschen. Benetia the Witch ist erst die letzte. Dann lass erst mal zu den anderen gehen. Das hat bestimmt einen Grund. Oh, das ist scheißegal. Wir brauchen einfach nur alle drei. Oh, ich höre einen... Wie heißen die? Die kleinen Viecher hier. Spinnen? Wie Victor. Nee, nee, ich meine diesen NPC. Hinter dir. Ist das drin in dem Ofen? Nee. Ist an, aber ist nichts drin. Ich will jetzt hier aber nicht jeden Einzelnen durchgucken. Schon wieder eine Rüstung bekommen. Tenacious Set. Hey Leute, lass ein Ding zu weitergehen in die Küche rein. Ist nichts drin. Oh, ein Bogenschützer. Ich will gerade mal gucken, ob der... ob das Set irgendwas bewirkt. Irgendwas stand am Anfang ja auch da. Das ist wieder so ein Typ. Der hat aber irgendwas komisches in der Hand. Das ist ein Hühnchen. Da ist noch einer hinter dir. Alter, die spawnen gerade. Okay, es ist aber auch dunkel. Zombies spawnen ja da, wo es dunkel ist. Und die fallen gleich dumm. Ich muss schon wieder was essen. Oh, wieder so ein Pötter. Da ist noch nichts drin. Okay, ich komm zu dir. Was ist das denn? Schlachterei? Au! Hauptsache du kämpfst mit dem... In der Richtung. Ich weiß, ich höre auch rum. Was ist das denn hier? Ich sehe nichts. Es ist so dunkel. Alter, ich sterbe fast. Das hört sich nach so vielen Gegnern an. Alter, du bist voll gepanzert. Ordentlich Schaden. Oh, ich hab noch ein halbes Herz. Lauf mal weiter. Oh, draußen ist auch noch einer. Hinter dir. Lauf. Lauf. Hä? Hast du ihn oder was? Ah, ich komm auch noch gegen den. Bogen. Ich glaube, wir haben einen Tisch drumherum. Ich hab grad schnell was gegessen. Jetzt krieg ich wenigstens wieder Leben. Ja, mein letzter Feier hat er getroffen. Ah, ich hab auch noch schön russend aus. Plus vier? Ja. Amor neun oder was? Vier. Amor. Ich hab neun. Aber die Verzauberungen sind ja zum Teil auch wichtig. Oh, das Dämonik-Set hab ich nen Schwer. 13 bis 16. Krass. Hier ist nichts weiter oder war das vielleicht ein Boss? Ne, ne. Keine Ahnung. Müssen ja alle drei töten. Ne, es war keiner. Hier war ja kein Schalter. Lass ihn mal die andere Seite machen. Lass es hochgehen vielleicht. Ja, dann lass mal unten den machen. Na unten rechts. Ach, Quatsch. Da fließt Magma lang. Pass auf, nicht berühren. Beide tot. Zwei Enders hinter uns. Wo kommt ihr denn her? Au. Ich bin gleich tot. Aha, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Oh. Ich hab auch nicht mehr viel. Ein halbes. Ah, der verfolgt mich noch. Ach, du bist schon da. Der hängt mit deutlich gewesen. Aber ich packe jetzt mal in die große Truhe alles das, was ich eh nicht brauche rein. Was eigentlich alles ist. Wollen wir Schluss machen? Wieso? Boah, hört kein Zettel los mehr auf. Minecraft. Du hast ja nichts anderes drauf, leider. Ah, nee, ich würd jetzt noch ne Runde lesen und dann vermutlich pennen. Lesen wird überbewertet. Pennen? Das ist 3,5. Ja, ein bisschen Fernsehen noch gucken. Zwei Stündchen lesen. Da bricht's halt auch. Was hat er schon wieder? Ich mach mich jetzt raus. Schade, wir sind aber noch nicht fertig und wir können jeden speichern, sobald ich weiß. Ja, es sind auch noch 3 Quests und dauern auch nochmal ein paar Stunden. Die haben wir doch. Ja, ich auch nicht. Ja, lass gleich nochmal morgen oder so spielen. Mal gucken. Das Wochenende bin ich auch noch hier. Ich aber nicht, ich bin wahrscheinlich zu Mastel fest. Wieso? Ja, zur Not, nächste Woche, übernächste Woche. Ich mach mich jetzt mal raus aus Minecraft. Na gut. Mal warte mal, du hast Sos. Schade, schade. Okay, jetzt schauen wir dann wirklich zu Ende. Ey, ich könnte schlafen, jetzt ist es echt mein Tag. Ja, kann die ganze Zeit drin liegen. Na ja, so. Vielen Dank.